Was machst du da? Was? Was machst du da? Ich versuch Vierecke. Was für Vierecke? Gib mal die Pfeife. Was für eine Scheiße, Mann? Pfeife, ich will rauchen. Dann sag doch, dass du rauchen würdest, Mann. Ich will rauchen. Wie er mich aufregt. Ey, ihr wisst, dieser eine Rapper. Welcher Rapper? Dieser eine, der Snoop Dogg heißt. Der mit Raster und so. Ja. Was mit dem? Dieser Snoop Dogg, er heißt eigentlich gar nicht Snoop Dogg. Er hat seinen Namen von einem Araber bekommen. Snoop Dogg hat seinen Namen von einem Araber bekommen. Von einem Araber? Was war ein Araber? Dieser eine, der Latsch auf Josh Musch geschmissen hat. Dieser Araber? Dieser Araber. Hat Snoop Dogg seinen Namen gegeben. Er hat nicht Snoop Dogg gesagt, sondern anders. Was denn? Er heißt eigentlich Snoop Kelb. Snoop Kelb? Snoop Kelb. Snoop Kelb. Snoop Kelb. Snoop Kelb wie Kelb, ja. Hau mal auf da, Mann. Hör doch auf, Mann. Wie kommst du da rauf? Wie? Kennst du das eine Lied? Welches? Die ist gelbe. Hau mal auf. Quatsch mal keine Scheiße, Mann. Hör mal auf, Mann. Hör mal auf, Mann. Hör doch auf, Mann. Jedes Mal du erzählst sowas. Was denn? O2 ist von Türken? Von Araber ist nicht von Türken. O2 ist von Araber. Stimmt auch nicht. Man sieht doch, kannst du nicht überlegen? Warum? Was denn? Du siehst doch, da steht O. Ja. Dieses O ist so wie O. Ja, ja. Und dieses Zwei. Wie da ist? Dieses Zwei. Ist nicht Zwei, sondern das ist eigentlich Tfu. Tfu? Tfu. Tfu. Spucken. Tfu. O2. Ja, ist sicher. Was denn, Mann? Wie kommst du da rauf? Wie? Guck dir doch mal das Bild an. Dieses O ist O. Und Tu, wenn du ausschreibst, steht T-W-O. Aber das Spucken. Wasser, das ist doch... Ist kein Wasser, das ist Spucken von hinten, Mann. Hör mal auf damit. Hör mal auf damit. Jedes Mal du erzählst so eine Scheiße, Mann. Hör mal eine Scheiße, Mann. Ja, letztes Mal auch. Du sagst DMX hat Alzheimer. Hast du nicht da gewesen? Wo war ich da gewesen? Als wir das Lied gehört haben, Mann. Welches Lied? What's my name? What's my name? What's my name? Er frag doch jedes Mal, Mann. Er frag wie er heißt. Er frag wie er heißt, damit er nicht vergisst, Mann. Hör mal keine Scheiße, Mann. Jedes Mal er redet sowas, Mann. Ey, ey. Was denn? Guck mal nicht so auffällig hin, er hier. Der links neben mir. Ja. Links hier, hier, der. Ja, was mit mir. Aber nicht so auffällig, Mann. Der hier links neben mir. Ja. Was mit ihm? Erkennst du ihn nicht? Einfach Sido sitzt hier. Sag mal nicht, guck doch nicht so auffällig, Mann. Das ist Sido, Mann. Das ist Sido, Mann. Du bist doch auffälliger als ich. Wo bin ich so auffällig, Mann? Guck doch mal. Das ist doch auffällig. Mann, nerv mich mal nicht, Alter. Das ist doch nicht Sido, Jami. Mein Gott.